Hi Leute, ich bin Abud und in diesem kurzen Video schauen wir uns an, wie man eine externe Domain mit SiteGround verbindet. Wenn du also eine Domain bei einem anderen Anbieter gekauft hast und diese mit SiteGround verknüpfen möchtest, bist du hier genau richtig. Im Bestellprozess für das Webhosting von SiteGround wirst du gefragt, ob du bereits eine Domain hast. Diese hast du eingegeben und die Bestellung abgeschlossen. Danach kannst du dich dann in diesem Kundenbereich von SiteGround einloggen. Hier klicken wir dann oben auf Websites und dann auf Neue Website, um intern bei SiteGround die Seite anzulegen. Dann wählen wir bestehende Domain aus und natürlich noch die entsprechende Domain, die wir mit SiteGround verbinden möchten. Dann klicken wir auf Fortsetzen und im nächsten Schritt müssen wir nichts machen. Unser Domain ist nämlich noch nicht mit SiteGround verbunden, deshalb können wir auch noch keine neue Website starten. Wir klicken also auf Überspringen und leere Site erstellen. Zum Schluss noch auf Fertig klicken und dann wird auch schon unsere Seite intern bei SiteGround erstellt. Das kann einen kleinen Moment dauern. Sehr schön, jetzt wurde die Seite angelegt und wir klicken einfach oben wieder auf Websites, um diese dann hier zu sehen. Um die Seite zu verwalten, klicken wir rechts auf SiteTools. Hier werden uns gleich bei den Website-Informationen die beiden Namensserver angezeigt, die wir benötigen. NS1 für Namensserver 1 und NS2 für Namensserver 2. Diese beiden müssen wir jetzt bei deinem Domain-Anbieter eintragen. Da es aber sehr viele unterschiedliche Domain-Anbieter gibt, ist es nicht möglich für alle zu zeigen, wie man das macht. Das Gute ist aber, dass es für eigentlich jeden Domain-Anbieter eine Anleitung dazu gibt, wie man die Name-Server ändert. Deshalb sollte man bei Google einfach den Namen seines Domain-Anbieters und dahinter Name-Server ändern eingeben und wird in der Regel schnell fündig. Wenn wir zum Beispiel Strato Name-Server ändern suchen, werden uns hier direkt einige Anleitungen angezeigt. Ich klicke mal auf die von Strato selbst und im Inhaltsverzeichnis gibt es hier den Unterpunkt zur Einstellung der Name-Server, in dem genau gezeigt wird, wo wir unsere beiden Name-Server von SiteGround eintragen können. Also an sich ist das ganz simpel, man muss nur kurz herausfinden, wo man die Name-Server bei seinem Domain-Anbieter einträgt. Sobald du die Änderung vorgenommen hast, sollte die Domain auf die Server von SiteGround weiterleiten. Das erkennt man daran, dass man einfach mal die Domain im Browser eingibt. Dabei sollte man beachten, dass es manchmal einige Stunden dauert, bis die Änderung aktiv ist. In seltenen Fällen kann es auch mal bis zu 24 Stunden dauern. Sobald die Änderung aktiv ist, kannst du wieder zurück zum Website-Tutorial und mit der Einrichtung des SSL-Zertifikates und der Installation von WordPress weitermachen. Ich verlinke dir das Tutorial unten in der Videobeschreibung und auch hier oben rechts in der Infobox nochmal. Das wäre auch schon alles. Also viel Erfolg beim Erstellen deiner Website und bis bald. Seitdem ich wieder zurückkehren und gerne. Jetzt geht's jetzt wieder alles. Deine Augen zuvor. Jetzt geht's dir ein bisschen weiter. Ich glaube, am Anfang. Untertitelung des ZDF, 2020